Mit einem besseren Naturboden hineinkommen und dort bessere Bedingungen finden, um zu wachsen. Christian Schmitz, Christoph Schmitz. Er hat den Samt hinein. Das ist ein Ardenderhengst. Das ist der... Das ist noch hoch. Das ist der rechts. Und links haben wir einen Bohrenkopf. Das ist ein Ardenderhengst. Das ist ein Ardenderhengst. Das ist ein Ardenderhengst.